Musik Toller Trick, wenn man jeden Tag nach Hause kommt. Hunde sind komplexe Kreaturen, die als Haustiere dienen, Drogenschnüffeln und Schrotflinten auf Feuerwehrautos fahren. Sie sind Teil des gesellschaftlichen Gefüges, und obwohl wir viel über Hunde wissen, gibt es eine Menge über sie, die so tiefgründig bleibt, warum sie weiterhin versuchen, Erdnussbutter zu kauen. Also, lehne dich zurück, knacke ein paar Milchknochen und genieße diese lustigen Fakten über Hunde, unserer vierbeinigen Freunde. Das Alter ist mehr als nur eine Nummer. Laut Guinness lebte der älteste Hund der Welt bis zum reifen Alter von 29 Jahren in Australien, das sind mehr als 200 in Menschenjahren, bevor er 1939 starb. Dieser Rekord wurde 2016 jedoch in Frage gestellt, als der Besitzer eines Schäferhundes, ebenfalls in Australien, behauptete sein Haustier starb im Alter von 30 Jahren. Leider hatte er nicht die Papiere, um es zu überprüfen. Hunde haben starke Ohren. Hunde haben mehr als 18 Muskeln, um ihre Ohren zu kontrollieren. Klingt nicht nach viel? Nun, bedenken Sie, dass Menschen nur Sex haben. Kein Wunder, dass sie sich immer an den Ohren kratzen, da ist eine Menge los. Die meisten Unfälle mit Hunden umfassen klutze Menschen. Sie können wahrscheinlich vermuten, dass Bisse die häufigste Möglichkeit für Menschen sind, von Hunden verletzt zu werden. Möchten Sie einen Stich auf die zweithäufigste Art und Weise machen, in der Eckzähne uns verletzen können? Es stolpert über Sie. Nach Angaben des Centers for Disease Control and Prevention besuchen mehr als 86.000 Menschen in den USA jedes Jahr die Notaufnahme, nachdem sie über ein Haustier gestolpert sind. Achten Sie also darauf, dass wenn Sie auf einen Drink zum Kühlschrank gehen, Sie vorsichtig sind, sonst wirst du dich auf den Weg ins Krankenhaus machen. Hunde überlebten die Titanic. Drei Hunde, ein paar Pommern und ein Pekinges, überlebten nach dem Untergang der Titanic. Es waren insgesamt zwölf und vielleicht nicht zufällig diejenigen, die lebten, waren alle in der ersten Klasse. Hunde sind vorteilhaft für die menschliche Gesundheit. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Streicheln eines Hundes ihrem Blutdruck und ihrer Herzfrequenz helfen kann. Natürlich vermuten wir, dass das nicht stimmt, wenn Sie Hunde hassen oder Angst vor ihnen haben. Einiges Notstanding-Stücke von Info. Eine nasse Nase gehört ebenso zum Make-up eines Hundes wie das Pinkeln auf einen Hydranten. Aber warum genau halten Sie Ihre Schenosses feucht? Es stellt sich heraus, dass es Schleim ist, dass Mischlinge den Geruch absorbieren müssen. Sie lecken dann Ihre Honka, um die Chemikalien zu testen, die Sie riechen. Feuchte Nasen regulieren auch die Körpertemperatur. Und hier ist eine weitere lustige Tatsache. So wie keine zwei menschlichen Fingerabdrücke die gleichen sind, sind auch keine zwei Hunde-Knochenabdrücke die gleichen. Hunde haben Insane Sniffers. Es gibt einen Grund, warum Welpen alles schnüffeln, was sie tun. Ihr Geruchssinn ist mindestens 10.000 Mal stärker als der Mensch und kann etwa 100.000 Mal so stark sein. Es ist ein bisschen tragisch, dass Hunde so gut riechen können, weil sie nur 1.700 Geschmacksknospen haben, während vier Menschen 9.000 haben. Dieser Hund bellt nicht. Wenn du nie einen Hund bekommen hast, weil du das Bellen nicht magst, können wir das Basenji vorschlagen. Es ist die einzige Rasse, die nicht bellen kann. Es kann jodeln, aber, ja, vielleicht verstehe ich es nicht. Hunde-Bug Places on Purpose. Wenn dein Hund auf die Toilette geht, gibt es einen Grund, warum er dahin geht, wo er ist. Hunde nutzen das Magnetfeld der Erde, wenn sie sich selbst befreien. Nicht nur das, aber Erbzähne entscheiden sich dafür, dies in einer Nord-Süd-Achse zu tun. Denken Sie also daran, wenn Ihr Hund auf dem teuren Berser-Teppich in Ihrem Wohnzimmer eine 2 schlägt, anstatt den viel leichter zu reinigenden Laminatboden in deinem Foyer. Hunde schwitzen. Hunde schwitzen. Ja, wir machen keine Witze. Ob Sie laufen oder sich über das Vorstellungsgespräch streiten wollen, gehen Sie einfach mit, okay? Hunde schwitzen tatsächlich, aber Sie haben es wahrscheinlich nie gesehen. Das liegt daran, dass Sie in Ihren Fußsohlen schwitzen. Falsche Fakten über Hunde, von denen Sie immer dachten, dass Sie wahr sind. Manche Hunde riechen wie Fritos. Wirklich. Hier ist noch etwas anderes, von dem wir wetten, dass Sie nichts über Hundepfoten wussten, Sie riechen nach. Meist Chips? Mach dir keine Sorgen, Eckzähnebaden nicht in Ode Fritos. Es ist Ihr natürlicher Körpergeruch und kommt von Bakterien, die auf Ihren Pfoten vorhanden sind. Manche Hunde sind schneller als Ihr Auto. Der Windhund ist die schnellste Hunderasse, die ungefähr 45 Meilen pro Stunde zurücklegt. In der Tat ist das einzige Tier, das an Land schneller gehen kann, der Gepard, der mit schnellen 75 Meilen pro Stunde reist. Hunde regieren buchstäblich die Welt. Es gibt viele Hunde auf der Welt. Wie, viel, ungefähr 900 Millionen, um genau zu sein. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 525 Millionen im Jahr 2012, was bedeutet, dass wir die Maschinen vergessen sollten. Konzentriere dich auf die Hunde. Hunde können politisches Büro halten. Herzog ist ein großer Pyrenäen, der die Ehre hat, der einzige Hund zu sein, der Bürgermeister einer amerikanischen Stadt gewählt wird. Er hat sein Büro in poor moment, nimm gehalten. Und er muss einen guten Job gemacht haben, weil er dreimal gewählt wurde. Wie schlimm müssen sich die Verlierer fühlen. Hunde machen gute Wingmen. Es gibt einige Forschungsergebnisse, die den langgehegten Glauben unterstützen, dass Hunde dir helfen können, Freunde zu gewinnen. In einer Studie näherte sich ein Mann 240 Frauen und fragte sie. Als er es selbst tat, gaben ihm nur 10 Prozent seine Telefonnummer. Als er einen Hund im Schlepptau hatte, schoss diese Zahl auf 30 Prozent. Hunde sind so schlau wie ihr Kleinkind. Hunde wissen über 165 Wörter und die Aufzeichnung ist mehr als tausendste. Im Allgemeinen sind Hunde ungefähr so klug wie ein zwei Jahre alter Mensch. Nur weil sie Worte erkennen, heißt das nicht, dass sie es können, sagt ihr. Hin und wieder stößt du auf einen Hund, der sich anhört, als würde er ein Wort sagen, schau einfach auf YouTube nach Dogdogging. Tatsache ist, dass Hunde aus einem einfachen Grund nicht sprechen können, sie haben weder eine Sprachbox noch einen Kehlkopf. Hunde furzt mehr als Menschen. Haben sie keine Angst, die Schuld zu geben, wenn sie das nächste Mal Gas geben.